Long, long ist er, mein Kind. Aber wir spielen jetzt wieder Binding of Isaac mit Magdalene. Wie könnte es anders sein? Die ist doch immer Verlass. Die haben hart. Geht hier richtig ab. So, erster Raum, kein Problem. Zweiter Raum. Ha, zweiter Raum, Witz. So. Ja, 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 geht doch. Ja, super, wir haben keine Bombe. Deshalb kriegen wir die Bombe auch nicht. Egal, egal, egal. Ja, diesmal... Oh, explodieren die Talien. Ja, diesmal könnte es gut sein, dass wir auf einen anderen Boss stoßen. Weil ich, ja, Marm schon besiegt habe. Und dann gibt es etwas andere Bosse manchmal, nicht immer. Die dann auch etwas schwerer sind. Hallo, Schlüssel, geht doch. Ja, super. Hier brauchen wir auch noch eine Bombe. Ja, die uns das Leben natürlich ein bisschen schwerer machen können. Ja, hier brauchen wir auch noch eine Bombe. Toll, 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 toll. Aber vielleicht kriegen wir nicht Mr. Boom. Der Hourglass. Ne. Jamhart. Finde ich besser. Aber gucken wir doch mal hier nach. Machen wir doch hier mal ein bisschen Gewühle im Dreck. Ob nicht hier ein paar Coins sind, die wir mitnehmen können, aber... Nein, 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 nein. Ja, so soll es schon sein. Hier ist nix. Hier ist nix. Ja, längere... Äh... Längere Zeit schon nicht mehr aufgenommen. Äh, ja... Schlag dran. Ha. Weil ich Binding of Isaac eher konzentriert im Ruhigen gespielt habe. Und auch nur noch so zwischendurch mal. Daran lag das dann hauptsächlich. Aber jetzt habe ich Zeit. Es ist Sonntag, 17.30 Uhr. Genau 17.30 Uhr. Krank, ey. Und ich nehme auf und... Tja. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich weiß nicht, wie weit wir beim letzten Mal gekommen sind. Kann es sein, irgendwie... Deaths One. Irgendwie so. Naja. Mom habe ich ja besiegt. Moms Bein. Boah. Komm schon. Moms Bein und das Herz von ihr. Amt das Spiel eigentlich auch schon fast durch. Es gibt noch den Teufel. Der aber noch sehr schwierig ist. Yo, epische Siegesmusik. Siegesgeheul. Lassen wir das. Ähm, ja. Der ist da ganz am Ende bei dem Totenkopf, wo vorher dann Moms Bein war. Buh. Und ja, der ist ziemlich schwierig. Hab ich schon ein paar Videos gesehen. Aber wer weiß. Vielleicht kommen wir ja in dieser Folge zu ihm. Und, ähm... Werden ihm ein Beinchen stellen. Aber... Vertraut mir in der Sache mal nicht. Ach. Ich vertraue einfach mal, dass ich hier keine Bombe hab und ne Bombe so schön gebrauchen könnte. So. Es hätte brenzlig werden können, aber... Was ist das für so ein Profi? Ah, 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 ah. Ja, ne Bombe. Okay, okay, ne Bombe. Eine Bombe. Dann gehen wir doch mal runter. Was hatten wir denn hier? Den Schlüssel. So. Jawoll. Eine Bombe für drei Bomben und Schlüssel. Und... Ah, 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 ah. Die Erkenntnis, dass wir hier noch einen Coin kriegen. Ist doch was Schönes. So, jetzt sieht die Sache nämlich schon ein bisschen anders aus hier. Boah. Geht weg von mir. Weiche Zom... Äh, von mir Zombie. Hab doch gar nichts getan. Ich bringe nur ein bisschen deine Kumpanen um und der Raum, der ist nicht so nett. Aber, mit ein bisschen Skill. Den ich jetzt gerade aufweisen kann. Funktioniert das auch. Okay. So, weg mit dir. Oder auch nicht. Jetzt nochmal. Komm, komm her. Geht doch. Und du noch. Komm, ich hab deine Brüder getötet. Du musst doch sauer auf mich sein. Und jetzt aufsterben. Okay. Bauen wir hier hin. Plopp. Zwei graue Herzen. So. Ach. Der schwierige Raum. Ich weiß nicht, ob wir jetzt überleben. Ja, hab ich natürlich nicht eingeplant. Ist jetzt nicht so einfach, ne? Ja. Aber man muss sie auch treffen können. Hallo. Hallo. Geht doch. Und du auch noch. Ein Schlüssel. Was haben wir hier? Oh, ich bin jetzt gar nicht zu dem Itemraum da gegangen. Egal. So, jetzt. Du auch noch. Ja, ja. Komm, 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 komm. Geht doch. Ein Münzchen fürs Tech... Tech... Ach, ich hasse es. Ach Gott. Herz. Einhorn-Style? Nee. Lieber nicht. Lieber nicht. Ach. Doch. Für den Boss. Aber danach holen wir uns das Herz wieder. So. Ein bisschen rumwuseln und dann... Ach, Monstro. Ist das euer Ernst? Das ist doch Kinderkram immer. Okay. Boah, hat der viel Schaden dadurch gekriegt. Das ist ein bisschen erkrauter Monstro, sehe ich gerade. Ja, der ist ein bisschen grau. Keine Ahnung, was er dadurch mehr hat. Irgendwelche Stats muss er ja verbessert haben. Ja. Ah, hast du schön gemacht. Und Rotten Meat. Das ist schön, das trifft sich gut. So, so, so. Und dann holen wir uns das... Holen wir uns das Herz. Boah, das ist jetzt blöd. Nee. Mm-mm. Wir haben das Herz schon so oft die ganze Zeit mitgeschleppt. In den ganzen anderen Folgen dann... Und hier hängen so viele Herzchen, ey. Ah, egal. Nehmen wir das Einhorn. Nehmen wir mal ein bisschen Einhorn-Style. Dies, dos. Ah. Und, ja. Isaac wird angekackt. Maggie weint deswegen. Ach ja, immer diese Kinder. Immer diese Kinder. Kannst du nicht alleine lassen, aber. So. Ja. In die richtige Richtung. Ja, jetzt lauft doch nicht... Lauft doch nicht weg. Geht doch. Und ein Herz, was wir nicht brauchen. Boah. Boah. Ist ja fast schief gegangen. Och. Lassen Sie... Also bis jetzt, muss ich sagen, ist der Lauf noch recht leicht gewesen. Keine unfairen Gegner. Da ist noch ein Herz. Oh. Boah. Ja. Ja, komm. Wir machen den Weg frei. Temmys Head. Temmys Head. Boah. Was macht das denn? Temmys Head. Ich guck einfach mal. Ja, okay. Ja. Ja. Das wäre blöd gewesen, hätten wir das gemacht. Und was ist hier? Oh yeah. Mom's Eye. Tier ist ab. Danke. Oh, in beide Richtungen schießen wir jetzt. Tier ist ab und in beide Richtungen. Cool. Ja, wenn das nicht mal gut ist. Besonders hier für solche Pappnasen. Ja. Komm schon hoch. Plopp, 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 plopp. Und du auch noch. Ach. Mist. Komm schon. Ah, eine Bombe. Nehmen wir doch mal. Oh. Ja, schön. Jetzt habe ich keinen Schlüssel mehr. Na toll. Aber wir haben Münzen. Acht Stück. Acht Stück an der Zahl. Ja. Und auch noch. So. Hier die Norwek. Ich weiß nicht, wieso, aber... Sauberkeit muss ja sein. Die können so gut wie nichts. Wenn man ihnen nicht reinläuft wie ein Noob. So, kommt schon. Oh, 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 oh. Und ihr noch. Du jetzt noch. Hallo. Darf ich dich... Geht doch. So, 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 so. Da hinten ist die Kiste noch gewesen. Ja, da gehen wir mal hin. Gucken, was da so drin ist. Ja. Nicht schlecht. Eine Bombe oder ein Schlüssel, wenn da einer drin gewesen wäre. Das wäre... Hui, das wäre aber richtig gut. Aber... War nicht. Deswegen... Ah, nicht verzagen. Es gibt noch so viele Kisten, wo Schlüssel drin sein können. Aber die erreichen, ist eine andere Frage. Aber wir wissen, es gibt sie. Ja. Komm hoch. Geht doch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So, jetzt. Jetzt kannst du von mir aus hochkommen. Komm schon. Oh. Aha. Und eine Bombe. Ja, das ist schön. He, he, he. Wie bin ich denn durch die durchgekommen? Na ja, ich will es gar nicht wissen. Epic. So. Und einen Schlüssel. Ja, den einen Raum haben wir. Okay. Dann gehen wir mal rein und... Och, ich hasse... Ich hasse Fistula. Aber der Raum ist ganz cool für den. Wo, oh, oh, oh. Oh, oh. Aber dafür war das Item jetzt echt gut. Ja. Und du noch. Jawollo. Mom's Heals. Cool. Was haben wir jetzt alles? Mom's Heals und das Auge von hier. Ach Mist. Und da links war ein bläulicher Stein, den ich so wegsprengen hätte können. Aber. Ach. Egal. Caves 2. Oh yeah. Ihr seid süß. Aber trotzdem. Ich werde hier sterben. Jeder einzelne. Ja komm schon. Komm schon. Und ein Herz. Was wir uns dann nachher nehmen können, wenn wir hier Schaden kriegen. Okay. Boah. Kurz. Kurz aus dem Fenster geklickt. So. Ach. Die sind eigentlich recht ungefährlich, wenn man ihr Schema kennt. Oh yeah. Ein halbes Herz. Das ist nur nicht getroffen werden. Das wäre schon eine Meisterleistung von mir. So. Ach ja. Boah. Oh gut. Oh gut. Gut, 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 gut. Pils hier. Speed up. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön, weil Maggie auch ein bisschen langsam ist. Boah. Schön. Schön, schön, schön. Von allem etwas. Das habe ich auch gern. So. Feuer ausmachen. Soll ja nichts verbrennen hier in dem steinigen... Was ist das überhaupt? Keller. Kellergewölbe. Pestilence. Der ist cool. Auch gar nicht so... So unglaublich schwer, aber der Raum ist halt blöd. Und das Item ist gar nicht aufgeladen. Ja. Komm schon. Ja, wir ziehen den Teil schon ganz gut ab. Hey. Ah. Ja, ja. Hey, hey. Ich begrüße dich auch gern. Okay, jetzt sind sie noch fliegen. Das dürfte eigentlich einfach sein. Ah. Ah. Ja, komm. Spuck doch nochmal. Hier. Deine... Keine Ahnung, was das ist. Giftbomben. Aber ich glaube, da hat er gar keinen Bock mehr zu. So. Ah, doch. Doch, doch, doch. Er hat es gehört. Er ist... Ich kann echt schlecht einschätzen, wie weit diese Teile da fliegen. So, da haben wir es aber. Oh, Cube of Meat. Ich hasse es. Egal. Weiter geht's. Die Tiefe in eins. Klappt doch ganz gut. 15 Minuten, die Tiefe in eins. Wenn ich mich jetzt nicht allzu dumm anstelle, dann geht das vielleicht auch alles noch ein bisschen weiter. Und her. Komm. Die Bombe muss hochgehen. Boah. Gut. Komm. Krieg deinen Erguss. Geht doch. So. Weg mit dem Teil. Ich mag den nicht. Gehen die habe ich nichts. Puiuiui. So. Plopp. Und jawohl. Herz und Köln. Das. Freut mich doch. Das dürfte jetzt auch nicht so die großen Probleme darstellen. Gehören. Geh weg. Für Beining of Isaac brauche ich nicht viel Wissen. Gehören. Ja. Mist. Ich mach mich jetzt grad selber nicht so dafür. Aber. Aber. Sie nerven. Und eine Pille. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier. Tierstone. Ja super. Bis wir unser Glück versuchen. noch mal. Nochmal. Nochmal. Ein Coin. Toll. Will ich aber nicht. Ich brauch Herzen. Ja. Herzen. Wäre ganz gut. Nein. Kein Coin. Herzen. Ja. Tolle Fliege. Ich will aber ein Herz. Nö. Jetzt ein Herz. Jetzt ein Herz. Nee. So ein Herz. Das wäre ganz gut. Ah, nee. Nee, kein Coin. Ein Herz. Nö. Ah, wunderbar. Zwei Stück. Super. Zwei fliegen, die um die Gamerin Maggie rumfliegen. Ach. Ja, wunderbar. Ach, wunderbar. Oh, ein Herz. Wunderbar. Jut. Oh, ein, ein, ein. Ja, Bällchen spuckender. Ach. Larry, June, nee. Ja, zwei Stück. Ja, du müsstest gleich gleich down sein. Um nicht zu sagen, jetzt. So, das Feuer noch ausmachen. Wie gesagt, soll nichts anbrennen hier. Och, nein. Och, nein. Och, die sind so langweilig, die Teile. Am besten hat man noch so einen riesigen, so einen riesigen grünen. Och. Ach. Och. Sind zwar saulangsam und alles, aber sie nerven halt, weil sie unberechenbar sind. Wie ihr seht. und wieder Coins gekriegt. Mann, oh, Mann. Ja, es wird schon schwerer. Aber wenn man sich in den Räumen gut bewegt, dann sind die nicht so schwer, diese Teile da in der Mitte, die die ganze Zeit schießen. Blöd ist natürlich nur, wenn man Gegner hat, die nervig sind und, äh, Oh, oh, oh. Die nervig sind und, ja. Hm. Boah, das ist jetzt blöd. Weil ich ja meinen Horn aufladen will. Ja, komm. Ich muss ein, zwei Räume rein, wenn sich das auflädt. Meine Gesundheit sieht nicht so gut aus. Aber man muss da durch. Man muss da durch. Arschkarte habe ich natürlich, wenn jetzt irgend so ein schlimmer Gegner kommt, wie die Typen, die ganz hoch hüpfen da. Die zum Beispiel. Alter. Okay. Einer ist down. Das habe ich gesehen. Fuck, das war schlecht. Ich bin aus dem Rhythmus gekommen. Okay. Wir sind nur auf zwei, oder? Ja. Jawollo. Jawollo. Okay. Ein halbes Herz verloren. Das ist verkraftbar. verkraftbar. Das geht auch weg. Ach. Da reicht die Range nicht mehr. Und ein Coin. Ach fuck, wir haben das vorhin doch aufgeladen. Na. Egal. Egal. Gehen wir gleich wieder zurück. Rück. Einer down. Bleiben nur noch tausend andere. Kommt hier hin. Kommt hier hin, meine Kinder. Ihr seid hässlich. Boah. Oh oh. Okay. Nur noch der Dicke da. Komm schon. Ich werde ihn hochjagen. Nicht. Okay. Immer schön auf Abstand bleiben. Sagt er und geht hinter ihm her. Klopp. Ein Herz, aber volles Einhorn da. Sehr schön. Also wir haben jetzt für den Boss in Deaths One ein Herz und das Einhorn vollgeladen, mit dem wir den ein bisschen abziehen können. Das heißt, wir dürfen einmal getroffen werden. Na ja. Lieber, lieber keinmal. Wenn wir Glück haben, dann haben wir einen einfachen Boss. Monstro 2 gehört nicht so dazu. Aber bei meinem Glück kriegen wir ihn. Das ist echt zu gut. Das ist echt zu gut. Ja, das ist mir nur für das ist, aus dem Ischir befindet sich der uns wieder weiter. So, mehr, mehr Bomben will ich jetzt gar nicht verschwenden. Was? Nein. Ach, Leute, Leute, Leute. Ach, das war ja super. Ah, nee. Mann, es hat doch gut geklappt. Hm, naja, lange Rede. Ja, jetzt kurze Rede. Langer Sinn. Ja, wir haben es nicht geschafft, hier Monstro zu besiegen. Ach, der ist echt OP, aber richtig. Hätte jetzt auch nicht gedacht, dass eine Kugel von dem einen ganzes Herz abzieht. Naja. Auf jeden Fall schon mal mehr Skill als in den anderen Folgen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Und eine behutsame Nacht, schönes Wetter und Frühlingsgefühle forever. Ja, und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 T bisreme. Tschüss. Tschüssi. willkommen juicy umarés gad spy company. S 네. und reclaim. Vielen Dank.